Musik Boah, wir als nächstes hätten... Oder wir hätten überhaupt ein Zwergmaräne-Turnier machen sollen, ey. Ich glaube, das ist jetzt meine... Boah, das ist meine neunte. Ne, trotzdem. Meine neunte jetzt. Hey, hey. Oh, da rennt aber mal was. Oh, yo. Oh, yeah. I'm back in the game. Back in the game. Back in the game. Ja, Leute. Scheiße, was ist los mit euch? Ja. Na, ich wollte es dir mal gern. Das ist halt nicht so oft, ja. Und die Atmos ist total am... Abstehen. Ich hab mir mal einen Scheiß-Arm hergestellt, wo mein Kacke-Pi-Aura angegangen ist. Ne, echt? Wow, fuck. Ja, ja. Ja, natürlich richtig geil. Ich musste den jetzt durchsagen. Oh, das beißen sowieso muss ich. Ja, ja. Oh, der sie ist abwinkt. Hast du schon kurz, das ist schlecht, ich hab's nicht. Hast du Glück gehabt? Glück gehabt, das Alter. Nein, sonst würdest du dir noch natzen? Weiß ich, äh, welchen Mut hast du bloß? Feli? Hä? Feli, für heute? Ja. Fals, Falsch. Hallo. Freund. Freund oder Feind? Hallo, was war am Kopf? Was willst du von mir? Köder. Was Köder, was Köder, was Köder? Was Köder? Sprich ganz so. Ich weiß nicht. Muss ich doch ein Bild malen? Ja, das ist doch mal ein ganzer Satz gewesen. Ich weiß nicht, was du von mir willst. Äh... Ich weiß nicht mehr, wer auf der rechte linke Rote. Ich glaub, das war die linke Rote, dann ist das der hier. Oh, ich hab keine Ahnung, du weißt. Ich weiß Bescheid, ich weiß Bescheid. Hast du da, danke Feli? Das Problem ist, das ist ein Selbstgemachter, den kannst du sowieso nicht, den hast du nicht. Ein Selbstgemachter? Ich hab den auch nur einmacht, ja. Scheiß Cheat, linke. Und der war auch nur 500 Gramm, ne? Also das ist jetzt eher untypisch gewesen. Der geht auch auf was anderes, ja. Kann ja mal gucken. Äh, wischen. Äh, wischen. Nimm den Sertori, den Zehner, den Roten, den Dreier. Oder den Hunter. Braun. Auch mal versuchen. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, 7,1 Kilo. Sehr geil. Sehr schön, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Bullets hat schon mal einen ordentlichen rausgezogen. Vielleicht wurde der noch nicht gezählt, ich wollte gerade sagen. Der hat einen 7,1 Kilo. Achso. Ja, weil dann hat er, glaube ich, nur einen und du hast mehrere oder sowas. Das kann schlecht aus. Ja, dann... Weil auch da bist du hinter ihm, wo du mehrere hast. Ja. Ja. Ja, es wird irgendwie gewichtet und dann gibt es da nur ein Ergebnis und danach... Ja, Multiplikator. Das Gewicht bei Multiplikator des Fisches gibt so und so viele Punkte. Und so weiter und so fort. Und weil, war mir klar, sie waren vor allem halt hier wahrscheinlich das Fernsehen. Oh, war eine Esche? Was ist das denn für eine Esche? Was ist denn für eine Esche? Frag nicht. Achso. Sie sah größer aus als... Yes! Sorry. Was? 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 Was ist hinter mir noch? Alles gut. Alles gut. Ja, aber die hat schon mal geholfen jetzt. Die hat geholfen, ja. Direkt noch eine, aber die ist kleiner leider. Kleiner, kleiner. Kleiner, kleiner. Is? Was? Was. Was ist hinter mir? Sie ist hinter mir. Also, ich... Funky echt nen Scheiß. Tja. So kann das gehen. Gerade läufts echt schlecht. Und dass der Vili einen Korski rausgefischt hat, ärgert mich ein bisschen, weil der Vili das nicht verdient hat. Er hat's nicht verdient. Der spinnt doch null, meine Deggenfische da, ey. Auf einmal holt er so nen fitten Fisch. Boah, Hecht? Aber was für einen. Ja. Zwei Kilo, drei Kilo, Hecht. Jackpot, der bringt dich ganz nach vorne. Ja. 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 Vielen Dank. 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 Yeah, nice. Nice, bullet. Ja, es ist ja noch ein bisschen Zeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Yes, yes. Oh, der hat dir noch gefehlt, oder was? Nice, nice, nice. Okay. Diego, you know, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, yes. Yeah. And the winner is Sam. There's one. Ah, yo, der war nice. Oh, yeah. Der grüne ist... Der, der beim Sesabling in der Liste, glaube ich, auf 1 war. Der Hornet. Ja, der Hornet, den habe ich in den Großen noch und auf dem Großen war der. Oh, nice, nice, nice. Oh, jetzt noch schnell die vier Stunden schaffen. Oh, ja, geil. Oh, ja, geil. Oh, ja, geil, 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 geil. Ja, tut mir leid, Manni. Ich wollte... Ja, ja, du wolltest mich gewinnen. Ja, noch eine europäische Esche. Hier ist ja lieber Gregor gewinnt. Ja, der hat ja gesagt, wir machen hier diese Zielfische. Ja, der hat auch nicht mehr einen Lassen im Zaun. Aber gut, viel Spannung. Passt, passt. Wir brauchen uns mal nicht beschweren. Aber dafür habe ich auch genug Barsche jetzt rausgezogen. Barsche und Zwergmaränen. Ach, shit. Ach, sie die verdient, ganz klar. Ganz klare Giste, meinst du? Ja, auf jeden Fall erstmal die drei Stunden noch aushalten, ne? Mal guck dir das mal an. Ich wollte gerade sagen, mal guck dir das mal an. Wenn jetzt hier Bullet noch einen schönen Koorski rauszieht, dann bin ich platt. Und wenn du einen größeren Koorski machst... Ja, okay, doch. Ich habe meine anderen beiden Fische, glaube ich, noch... Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall muss ich die Zeit erstmal schaffen. Und hier schön vors Ende fahren. Ja, ich weiß es nicht. Alles gut, wenn ich gleich... Nein, ich weiß es nicht. Das ist gut. Alles gut. Jetzt sage ich ein bisschen... Genau. Ich bin gemütlich. Hätten wir mal Gesamtgewicht gemacht Ja, hätten wir mal ein Zwergmaräne-Turnier gemacht, hätte ich auch gewonnen Also auch, hätte ich Wer weiß, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was die anderen gezogen haben Aber gönn mir das doch auch mal Ich hab dir den ersten Platz bis 5 Minuten vor Schluss auch gegönnt Ja, auf jeden Fall, danke Danke Bullet Hey, ist das der Bär, der da ins Mikro schnarcht? Doch, ich hör das Danke Dima GZ, danke, danke Aber ich muss ja erstmal noch gewinnen Das sind noch 2 Minuten Der Bär wartet bestimmt Der hat bestimmt an allen 3 angelnden großen Fisch Und schleift die hinter sich her Und kurz zu Ende zieht er die raus Schlepphoten gelten jetzt nicht als Fähne Das wird ja irgendwas sagen Der ist auf jeden Fall am Pennen Habt ihr nicht gehört, dass der am Schnarchen ist? Ach, alles für die Show Alles für die Show, genau Ey, Manni, guck mal bei dir rein Hast du einen Besuch Und was, Manni? Ja, ich hab schon morgen gesagt vorhin Ich bin bisschen konzentriert hier auf diese ganzen Gegebenheiten Und Kurs halten und so Sorry, Blackface, also jetzt ein bisschen Äh, nee, ich hab's nicht mitbekommen Sorry, sorry Der pennt hier grad echt weg Und schnarcht den Freako, der ist ja geil Da haben wir doch einen Zaun für, Alter Sieh, ist ja der knapp Ist der geil Ey, der entscheidet hier nicht auf Gesamtgewicht Und dann fängt der ein, oder was? Den höre ich nie wieder Um ihn zu hören, ey, der ist sowieso keine Ahnung, geil Das ist echt so geil Der nett gemeint, aber Der könnte sich da morgen eh nicht mit dran erinnern können Ja, das stimmt wahrscheinlich, ne Aber ich hab euch alle mehrfach gefragt Ich hab gesagt, komm, ich mach auch wieder Ich war da gerne, hab ich auch gesagt Ja, okay Ja, okay Ich hätte auf dich hören sollen, du hast recht Ja, ich wollte auch nicht rein Weil ich dachte mir so, ja, vielleicht hat er ja eine bessere Chance Oder so, keine Ahnung Vielleicht ist das ja wirklich Aber eigentlich ist nochmal die Fische einzugrenzen Da gerade so ein Kowalski oder was da Ey, eigentlich war das Spaß, als ich die ausgewählt hab So, da hab ich gedacht, das ist schon eine krasse Nummer Aber, na gut Ja, ja, du wusstest ganz genau Ey, ich bin nur den ganzen Tag hier auf Grundangeln Wann geh ich denn hier wieder am Koori schleppen? Ja, nee, gönnen Du spielst mir halt nur noch 500 Silber Ja, komm, Mann Ich hab heute auch mit dir zusammen alle Turniere verloren Jetzt holen sie nochmal alles rein Und ich stehe mit Minus Sorry Dann würde ich auch noch einen Spursauflager haben Ja, egal Was meinst du? Du musst doch deinen Köder einmal refinanzieren Ja, eben Und außerdem, ich hab heute den Dingens Äh, die 960 für den Köderfisch ausgegeben Dann hab ich noch zig, äh, andere Dinger gekauft Ich glaub 2000 hab ich ausgegeben Ja Ich hab gute 2000 heute ausgegeben Von daher, das ist schon gut Und dann macht er eben ein 100-Hart-Turnier War auch schon hart Ja Oh, wie viel Zeit noch? Eine Stunde Oh Ich hab noch so einen 15-Kilo, äh, Korski Und ich vergesse die ganze Kiste Du hast dann noch zweieinhalb Minuten den rauszuziehen, ne? Ja, nicht mehr fürs Turnier Dann einfach so Achso, ja Ja, dann mach Keinen Stress Mach ruhig Kein Ding Den kannst du dir, äh, nach dem Turnier ruhig rausziehen Bin ich voll im Reinen mit Ich bin doch gerade so schön Jetzt weißt du auch wenig, ne? Bei euch auch allen, ne? Ja Ja, sowieso Über die, die ich da drin hab Komm ich gerade gar nicht Aber sonst Ja, äh Erdnuss Ich verstehe gar nicht, was ist bei dir los, Alter Machst du da irgendwelche Tests, Will? Wie viel denn es? Zwei Stunden im Kreis gefahren Der beste Fisch, den ich gefangen hab Ist ein Kilo, Korski Der auch noch vor dem Turnier Ja, den, der hätte ja auf jeden Fall schon mal stabil gemacht, hier, Jan Äh, der hätte auch nichts denken Ja, doch Ich glaub, der, äh, Korski ist viel höher eingestuft Dass wenn du, äh Aber es gibt zwei Plätze Platz 1 und verloren Ja, gut, dass ich auf Platz 1 bin, ne? Ja, der einzige, verstehe ich mich Ja, das gibt's schon hier Ah, haben wir schon eine Riese Uhr Was ist denn, macht ihr noch was danach oder Sleepen Time oder was? Ja, jetzt bin ich gerade wieder fit wie Turnschuhe Ja, jetzt ist wieder frischer Wind in die Kasse gespült worden Dann ist alles fröhlich, ne? Ganz genau Alter Schwede, pass dir eh mal auf Ich fühl mich eigentlich wie so eine Henne Bisschen ausgenommen, meinste? Ja, ausgenommen und dann darfst du wieder in das nächste Ei legen Am besten Gold, ah ja, damit die Leute sich auch nochmal richtig freuen Oh ja Das ist jetzt der Wahnsinn Nee, nee, ich könnte dir ja Ey, ich hab, äh, ich muss auch einmal, einmal gewinnen Ja, einmal, einmal Einmal Weißt du was? Verbrauch dein ganzes Glück nicht, wie wir bei dem Turnier jetzt die Woche noch mitspielen, ne? Oh ja, da brauche ich Glück, auf jeden Fall Ja, 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 jetzt mal lieber den anderen gewinnen Ah, es stimmt wohl So Nice, nice, danke Voll gut, viel, äh, voll gut, viel Fisch, Bulle, zweiter Platz, Mani, Manfred, me, himself, dritter Platz Da gibt's natürlich auch keine Bronze-Medaille für mehr Immer auf dem vierten, Bär, im Schlafen-Modus Fünfter, Junge, Junge, Sechster, Vierter, Erdnuss Der ist sehr ungewöhnlich für Erdnuss, der ist normalerweise da ganz anders unterwegs Oh ja Ich nehme die, den Weißt du noch, die Bär, der die Turnier Die hauen ein Nee, ey, die Erdnuss, also Erdnuss hat Ich bin jetzt eingefangen Ich nehme, ich nehme den Luz an, ich erkenne ihn an Ja, nee Das ist aber ohne Witz, ne? Ist der Junge jetzt eingeschlafen, oder? Ja, ohne Witz, sonst hätte ich doch was gesagt Mitten an der Table, oder was? Das ist ja krass, Alter Guck mal, wir haben doch eben so ein bisschen was krachen gehört Weiß nicht mehr Dann war bestimmt eben sein Kopf auf der Tischkarte, oder sowas Das ist halt, wir haben zu kriegen den nicht ohne Helmzocken, Gregor Ja Bester Mann Und dass ich, also man konnte ihn ja sogar noch verstehen und alles Bis ins Koma kann er Bis ins Koma Ja Das ist Angelliebe Ich halte durch, Junge, kein Problem Das ist schon geil Das ist schon geil Ich muss morgen ein bisschen früher aufstehen Ich wollte ein paar Sachen in der Wohnung erledigen Es kann sein, dass ich Der Big General kommt vielleicht zum Besuch Ja Ich wollte noch ein paar Sachen vorbereiten Ja Also ein paar Papiere vorbereiten Wir wollten da was durchgehen Und ein paar andere Sachen, und ich will die ziemlich früh fertig haben Damit ich dann früh Och Ja Ruhe und frei habe dann so zu sein Da muss ich noch Gästezimmer Ja Auf dem Bett habe ich noch einen kleinen Fernsehen So ein Flat Screen Ich weiß gar nicht, wohin damit Im Gästezimmer steht schon 55 Zoll an der Wand Alter Ich weiß gar nicht, wie war die jetzt im Kleinen soll Und ich finde den Ständer davon Ja Schlafzimmer So lange Nee Der hängt Bei der 74er Ruhig Nein Das macht Spaß Glaub mir Der war halt übrig Was soll ich machen? Er hat sich auf dem Klo Er hat meinen Wohnzimmer Im Wohnzimmer habe ich dann, wo ich mir den Neuen geholt Halt in das Gästezimmer gestellt wird Ja Hat sich angeboten Weil der Wandhalter hat er auch Oh, ausgeschnitzt Also er ist noch in game Der Kulisch Ach der fährt safe bei irgendwo gegen den Wand Ja Die Routen sind dann erstmal weg Eieieiei Ja Jetzt wird das hier jetzt ausgeschnitten Ja, aber wenn ein Boot ausläuft Hä? Wenn ein Boot ausläuft und die Routen sind auf dem Boot Ja Dann bleiben die auf dem Boot Ja So ein Krilog oder ein anderes Gebiet porten oder Achso, dann sind die wieder im Inventar Ja Ja Ich dachte, die bleiben dann da drauf Hab ich nämlich noch nie gedacht Ja So, ich mach hier noch eine Runde jetzt Kann ich machen So, sorry, da bin ich Und natürlich hier schön vor die Wand gefahren Ja Ja Ich bin komplett zombie Super zombie Super zombie Ja 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 Ich mach hier Ich mach hier